Ich bin hier gerade am Stand von 3M auf der Shot Show in Las Vegas 2020. Ich habe den Marco getroffen, ein guter alter Freund, der kommt aus Deutschland. Servus Marco. Servus Michael, schön, dass du hier bist. Danke. 3M Peltor hat ein neues Produkt, den Comtec 6 und darüber berichtet jetzt uns Marco. Ja, vielen Dank. Kurze Vorstellung, unsere neuesten Errungenschaft aus der Comtec-Familie, sechste Generation, allseits beliebt, allseits bekannte Comtec-Serie. Absolutes Highlight-Feature dieser Generation, sieht man hier am Push-to-Talk-Button auf der Rückseite. NIB, Natural Interaction Behavior, kurze Nahbereichs-Kommunikationsmöglichkeit, kurze Kopplung von Teams, typische Anwendungsbereiche Schneemobil, Speedboat für Einsatzkräfte, im Dauerlärm, Vollduplex-Koppeln möglich, schnelle kurze Teambesprechung, astreines Feature. Dazu haben wir ein paar YouTube-Videos geschaltet und natürlich alle Informationen, wie immer, auf unserer Homepage, auf unserer Webseite oder Fragen an unsere Spezialisten. Vielen Dank für die Vorstellung.